Wie Technologie die Städte von morgen formt, zeigt Ihnen Thomas Koblett in ArcGIS Urban. Damit haben Sie alle relevanten Daten sofort im Blick und starten out of the box in die innovative Stadtplanung. Erhaltende natürlichen Ressourcen, Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Stabilität, Zukunftsfähigkeit. Es gibt viele Gründe, nachhaltig zu handeln und zu leben. Für mich persönlich und für uns von der Firma Esri bedeutet das, dass wir uns genau für diese Punkte einsetzen. Und zum Glück sind wir da nicht alleine. Wenn wir in unsere Städte blicken, dann ist eine nachhaltige Stadtplanung ein wichtiger Pfeiler in jeder Stadt. Das beinhaltet die ökologische, die ökonomische und die soziale Stadtentwicklung. Und heute zeige ich, wie Technologie eine nachhaltige Stadtplanung unterstützt. Mit ArcGIS Urban stellen wir Planerinnen und Planern ein browserbasiertes Planungswerkzeug zur Verfügung, um zukünftige Stadtentwicklungen direkt im Digital Twin einer Stadt zu planen, modellieren und visualisieren. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt an einem realen Beispiel an. Das ist ein Foto von 2019 vom Flughafen Berlin-Tegel. Und da wo bis 2020 noch Flugzeuge starteten und landeten, da entsteht ein komplett neuer Stadtteil. Dieser neue und nachhaltige Stadtteil, der könnte ungefähr so aussehen. Und wie ArcGIS Urban bei der Erstellung eines in diesem Beispiel fiktiven städtebaulichen Konzepts eingesetzt wird, das zeige ich jetzt dann gerade. Bevor wir beginnen, noch einige Hintergrundinformationen zu diesem Projekt. Wir betrachten nicht das gesamte Flughafengelände, sondern nur einen Ausschnitt, nämlich das Schumacher-Quartier. Fürs Schumacher-Quartier existieren Bebauungspläne. In diesen Bebauungsplänen sind technische und regulative Vorgaben festgehalten. Dazu gehören Art- und Masterbauliche Nutzung, Baulinien und Baugrenzen, maximale Höhe, maximale Anzahl der Stockwerke und Angaben zur Bebauungsdichte. Andererseits existieren für das Schumacher-Quartier auch sozial-ökologische Vorgaben. Das sind zum Beispiel ökologische Faktoren zum Einsatz von nachhaltigen Baustoffen, Faktoren zum Energieverbrauch, aber auch Vorgaben zur sozialen Durchmischung der Mieterschaft und zur Anzahl Quadratmeter pro Person, die da lebt. Bis hin zu Infrastruktur-Vorgaben, wie zum Einrichten von Bildungseinrichtungen oder zur Verteilung von Mobility Hubs. Und nun schauen wir uns das direkt im Programm an. Ich bin hier im Browser. ArcGIS Urban ist eine browserbasierte Planungsumgebung und bringt alle planungsrelevanten Daten zentral zusammen. Man sieht hier das Satellitenbild oder das Luftbild vom ehemaligen Flughafengelände, auf dem ein komplett neuer Stadtteil entsteht. Diese Bilder, die sind aktuell. Wenn wir da mal auf die Piste fokussieren, dann sehen wir, dass die Bauarbeiten bereits begonnen haben. ArcGIS Urban ermöglicht das Einbinden von ganz unterschiedlichen planungsrelevanten Daten. Man sieht hier das 3D-Stadtmodell der Stadt Berlin, das so von der Stadt Berlin als Open Data zur Verfügung gestellt wird. Und wenn wir da noch ein bisschen weiter reinzoomen, dann sehen wir weitere Daten, zum Beispiel Daten zur Vegetation oder, wenn wir in den Untergrund blicken, Daten zur Ver- und Entsorgung. In diesem Beispiel die Gas- und Wasserleitungen. Das Schumacher Quartier entsteht im Osten vom ehemaligen Flughafen. Ist hier durch diese schwarze Linie gekennzeichnet. Und wie erwähnt, existieren für dieses Gebiet Bebauungspläne. Und diese Bebauungspläne, die sind ebenfalls in ArcGIS Urban vorhanden. In diesen Bebauungsplänen sind die technischen und regulativen Vorgaben gespeichert. Und wenn wir da mal auf diesen Bebauungsplan fokussieren, dann sehen wir hier in der Mitte als Beispiel diese Zone WA2. In dieser Zone WA2, das ist eine allgemeine Wohnzone und da sind maximal 5 Stockwerke erlaubt. All die Vorgaben aus diesem Bebauungsplan, die sind nun in ArcGIS Urban umgesetzt. Und wir haben basierend auf diesen Vorgaben einen Masterplan erstellt, also einen städtebaulichen Entwurf. Und ich möchte auch hier nochmals auf diese Zone WA2 in der Mitte fokussieren. Und man sieht hier, da sind diese Vorgaben direkt umgesetzt. Das ist eine allgemeine Wohnzone mit maximal 5 Geschossdecken und weiteren Vorgaben aus dem Bebauungsplan. Mit diesem Masterplan stehen nun verschiedene Auswertungen zur Verfügung. Zum Beispiel zur Gesamtgeschossfläche und zur baulichen Nutzung in diesem Szenario. Wir sehen hier, dass wir mit dieser Planung 33.000 Quadratmeter Arbeitsfläche generieren. Wir haben nur noch weitere sozial-ökologische Vorgaben und haben zu diesen Vorgaben verschiedene Szenarien erstellt. Zum Beispiel ein Szenario mit Fokus Kiezbildung und soziale Infrastrukturen, ein Szenario mit Fokus Wohn-Arbeit-Hybride mit Daseinsvorsorge und je ein Szenario mit hoher und mittelhoher Energieeffizienz im Wohnen. Und das schauen wir uns noch ein bisschen genauer an. Wir haben für jedes dieser Szenarien ein frei konfigurierbares Dashboard, das die Situation in diesem Ausschnitt wiedergibt. Wir sehen hier Kennzahlen zur Bevölkerung, zu Arbeitsstellen, zum Energieverbrauch pro Jahr, unterteilt in Verbrauch mit KfW Energieeffizienz 55 und KfW Energieeffizienz 40 und Kennzahlen zu den Einbaukosten für Energiesysteme. Und wenn wir das vergleichen mit einem Szenario mit hoher Energieeffizienz, dann sehen wir, dass wir hier einen geringeren Verbrauch haben, dafür hohere Kosten für den Einbau von Systemen. Wenn wir so ein Szenario erstellt haben, dann können wir mit diesem Szenario arbeiten. Und wenn wir nun beispielsweise als Vorgabe haben, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, dann ist eine Aufstockung eine Möglichkeit. Ich wähle dazu ein Gebäude. Man sieht, das Dashboard wird angepasst auf meine Auswahl und kann nun manuell in die Planung eingreifen. Ich wähle dazu mal das oberste Stockwerk von diesem Gebäude. Man sieht hier auch, hier ist Wohnen mit KfW Energieeffizienz 40 geplant. Weitere Kennzahlen wie Nutzflächenfaktor oder die Standardgeschosshöhe. Zudem die weiteren Parameter, die verwendet werden, um meine Zahlen im Dashboard zu berechnen. Ich könnte das alles manuell anpassen. Ich möchte hier jetzt aber eine Aufstockung machen und erstelle weitere Stockwerke, sodass sich da ein Gebäude mit zwölf Stockwerken haben. Ich kann da auch noch manuell ins Design eingreifen und zum Beispiel so ein Stockwerk mit Dachterrasse erstellen und da auch die Nutzungsart ändern. Zum Beispiel möchte ich da ein Restaurant mit Aussicht und ich sehe da sofort die Auswirkungen, die das hat, auf die Bauordnung. Und ich sehe auch in meinem Dashboard, wie sich hier die Kennzahlen ändern. Neu können hier 291 Personen leben. So kann ich iterativ Szenarien erstellen, optimieren und miteinander vergleichen. Das vereinfacht die Zusammenarbeit in Projektteams und bildet die Grundlage für die Kommunikation mit der Bevölkerung. Sie sehen hier ganz konkret den Nutzen eines Digital Twins und der Möglichkeit, zukünftige Stadtentwicklungen direkt im Digital Twin zu visualisieren. Das vereinfacht die Zusammenarbeit in Projektteams und ist die Basis für die Kommunikation mit der Bevölkerung. Alle Planungsinhalte können jederzeit öffentlich gemacht werden, entweder direkt in die Stadt, in der Web-Umgebung, um einen digitalen Partizipationsprozess zu initiieren, als 3D-Umgebung in einer Projektwebseite oder als Virtual Reality-App, um Planungsinhalte in einer Smartphone-Umgebung der Bevölkerung erlebbar zu machen. Archis Urban unterstützt die Stadtplanung und stellt Kennzahlen zur nachhaltigen Stadtentwicklung bereit. Archis Urban ist die Basis für die Zusammenarbeit in Projektteams und ermöglicht, dass ITERA kreativer Erarbeiten von Szenarien. Und Archis Urban ist die Grundlage für eine offene und transparente Kommunikation mit der Bevölkerung.